Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Legenden Arceus. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Legenden Arceus. So, heute ist Axanthor dran und Arboretus ist bereit. Hoffentlich. Diesmal bin ich bereit. Ich habe extra beim letzten Mal Nein gesagt, weil sonst die Folge zu lang geworden wäre. Mh, es freut sich natürlich. Bitte erscheine dran. Axanthor ist auf dem Weg. Wie sieht es denn aus? Gut, da ich den Avatar kurz ausgemacht habe. Hier kommt eine Zwischensequenz. Bitte triff mich nicht. Wenn mich das Vieh trifft, bin ich RIP. Wenn du gegen Könige oder Königinnen kämpfst, musst du sie mit Ruhegaben treffen, um ihre Wutleiste zu verringern. Ist diese vollständig gelernt, gewinnst du den Kampf. Sollten sie sich im Kampf gegen die Könige eine günstige Gelegenheit geben, kannst du versuchen, mit deinem Pokémon gegen sie zu kämpfen. Gehst du siegreich aus dem Kopf hervor, wird der König oder... Ah. Okay. Äh. Zeit für den Kampf! Kann ich auch einen Pokéball werfen? Ich glaube, dann werden die aggressiv auf mich. Äh. Zauberblatt! Welches Typus bist du überhaupt? Ich kann das nicht wirklich erkennen. Ich muss Pokémon wechseln. Los, Luxio! Kann ich überhaupt Pokéball werfen bei dem Vieh? Das würde ich ja schon gerne ausprobieren. Äh. Erstmal schwächen. Bitte. Schade, kein Eis. Doch, Eis! Vereist. So. Superball, los! Achso, ich muss ihn besiegen. Ich kann ihn nicht fangen. Okay. Wahrscheinlich kann man ihn später fangen. Nein, bitte nicht. Au! Ich glaube, ich will aus diesem Kreis raus. Nein. Aus. Böses Axanthor. Böse. Böse. Nein. 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 Aus. Aua. Ey, wenn mich der Angriff trifft, ich glaube, ich bin kürzer. Au! Ich habe es geschafft! Doch nicht! Komm, nimm deine Opfergaben! So siehst du also normalerweise aus. Ich habe mit einem längeren Kampf gerechnet. Aber wenn die Bosskämpfe gegen die immer so aussehen, dann wenigstens kein eintöniges Kämpfen. Oh, die Käfertafel. Es ist ein Käfer-Pokémon. Ich bin da nicht drauf gekommen. Ich habe übrigens ausgehen nochmal einen Entorn eingesammelt, ne? Seit der letzten Folge. Wollte ich nur mal eben kurz erwähnen. Ich bin ja auch aus diesem Riss gekommen. Scheint so. Vielleicht war das sauer. Hallo? Ich bin ja auch aus. Gern geschehen. Warte mal, wart ihr nicht der Perclan? Wahrscheinlich brauche ich bei anderen Viechern dann aber andere Gaben. Drei Citro-Bären. Die nutze ich zum Heilen. Keine Ahnung, warum ich durch die Zeit geflogen bin. Achso, äh, hier. Damit ihr mich wieder seht. Ich fand's nicht so lustig, dass das Viech mir den Kopf abhacken wollte. Bin ich ganz ehrlich. Wohin will mich das Spiel denn gerade haben? Da ist eine Nebenmission, die hole ich mir. Ich könnte hier drumherum mal laufen, gucken, was man da so findet. Ich komme hier jetzt auch relativ schnell rum. Ich guck mal, wie weit ich da rennen kann. Ich komme jetzt auch gut die Berge hoch. Ob man Aksanto auch irgendwann reiten kann? Es könnte eventuell sein, dass man da auch noch irgendwo anders hinkommt. Da ist ein Luxu. Ah, hier kommt man nicht weiter. Oder doch, da ist eine Höhle. Onyx? Bist du hier? Gebe mir ein Zeichen, wenn hier ein Onyx ist. Oder ein Dick da. Ne, hier sind Macholos. Und ein Wunaira. Das aggressiv ist. Bleib stehen! Schade. Das ist mal Evoli die Dinger zertrümmern, ne? Was kommt aus dem blauen Stein? Azur-Glanz-Steine. Äh. Kleinstein? Ne. Georock. Georock, Lave 27. Los, Wasserdübel. Das ist der einzige Lux. Scheiße, es lebt noch. Aber das wird ein XP-Boost. Scheiße! Ey, Flug-Pokémon. Aboretus, du bist perfekt für den Einsatz. Ich muss einmal kurz mein Pokémon wiederbeleben. Und danach kann ich das da eigentlich sogar fangen. Hm. Oh, Superball! Lass mich jetzt nicht bereuen. Ich werde es bereuen. Danke. Und zum Glück kann es nur Boden attacken. Also, haha! Zauberblatt. Georock wurde besiegt. Irgendwas will mich verprügeln. Ich will mal gucken, wohin führt diese Höhle? Hier kriegt man echt viele Eisenbrocken. Ah, okay. Hier hin und nicht weiter. Schön, dass wir das geklärt haben. Aber hier kriegt man echt viel Eisenerz. So, wer von euch hat die Nebenmission? Du wahrscheinlich. Nee. In der Richtung soll die Nebenmission zumindest sein. So, ein paar Federbälle liegen schnell und gerade. Und natürlich davon ein paar. Das brauche ich nicht. So. Verpasse ich hier irgendwas? Neue Nebenmissionen. Hab mir ein Pin gesetzt. Ach, du. Du willst das. Ballonjagd? Ich soll 17 Ballons einschlagen? Ja, gerne. Ich versuch's einmal. Damit hier. Let's go. Probieren wir's einmal. Das wäre einer. Zwei. Drei. Easy going. Easy. Easy. Ich schaff alle 30. Ich schaff alle 30. Das war doch mal lustig. War easy. Ich hab nackt dafür bekommen. 5000. Ja. Ein Sanderbonbon. Easy. Und ich hab sogar noch ein Sonderbonbon und 15 Federbälle bekommen. Ja, off-green vielleicht. So, Leute. Wieder zurück. Und da ist jemand, den wir kennen. Hallo, Volo. Ja, ich hab es besänftigt. Ja, kannst du gerne. Die Legenden om Achios. Hm. Diese Entdeckung wollen wir auf jeden Fall. Ja. Ja. Na ja. Äh. Zuallererst die Sonderbonbons. Die verbraten wir gleich mal. So. Evoli hat ein paar Attacken nämlich jetzt gemeistert. Hat nur vier. Ich hab ihnen alles beigebracht, was ich ihm beibringen konnte. Und. Ja. Ich geb dir mal ein bisschen mehr Verteidigung. Dafür ist dieses Kies und so weiter nämlich da. Ja, Leute. Ich würd dann hier jetzt schon für heute Schluss machen. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja. Ein Abo da lassen. Ein Like. Oder ein Kommi. Alles ist hilfreich für mich. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.